Musik Musik Eine Invasion hier auf die Kanada übernehmen, diese ganze südliche Strecke von Kanada nehmen. Das ist ein Museum hier, das sieht aus wie ein Schott. Musik Guck mal da hinten, siehst du schon, dass gut es laufen. Da und da. Musik 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 Die war in's Land, das war aber produziert, das Geld, vorher haben wir hier gemacht, jetzt ist das weg, das ist jetzt in Manitoba. Wir profitieren auch sehr viel von anderen Ländern. Wir erhalten noch sehr viel Gold in Ottawa, aber auch von anderen Ländern. Die Königin ist immer noch die Königin von Kanada. Wir haben eine gute Königin, den Gouverneur-General. Michel Jean kommt aus Haiti. Sie können schon lästig sein. Guck mal deine Göttergöttin. Alltag war fest, wo sie sich abgemacht hat. Daher gibt es auch ein bisschen mehr Kunstwerk. Das macht es auch. Hier ist noch ein Götterbild. Und man sieht den Unterschied von dem, was Sie haben neu gewartet und was vorgewartet haben. Das ist das Museum der Zivilisation. Und sehr viele von den Gebäuden hinten gehören zum Blau- und Weiß-Fahnen-Sied. Das ist die Regierung von Quebec. Und sehr viele von den Gebäuden hinten gehören zum Blau- und Weiß-Fahnen-Sied. Die Rot- und Weiß-Fahnen von Kanada, dann sind das von Ottawa. Die Lok- und Weiß-Fahnen-Siedler hat mit ihren Schnappen und Weiß-Fahnen. Die Lok- und Weiß-Fahnen sieht ausprobzeln aus. Die Lok- und Weiß-Fahnen wird bis in der Zeit. Dann wird der eine neue Lok- und Weiß. Das war die Lok- und Weiß-Fahnen-Siedler. Das ist eine große Herausforderung. So wie mir, so kleine Bausche. So wie mir, so wie mir. 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 So 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 mir. So. Wir sind schon raus. Okay, wo ist der Berg? Wo sind wir? Wer möchte weiter gucken hier? Ich habe immer zu teuer, in gutem Zustand zu behalten. Ein bisschen das Hotel in Bern ist ein bisschen teilweise ähnlich dazu. Das ist Security. Das ist Security.